Mein Name ist Anja Ross und ich habe gerade eine Session geleitet oder angeleiert, was ganz interessant ist, weil ich bin nicht mit der Absicht hier hingekommen, eine Session zu leiten und das ist ganz spontan entstanden. Ich arbeite in Bremen bei den MacMedia Studios und mein Thema war eigentlich, wie es mir gelingen kann, Medienworkshops mit Schulen zu konzipieren. Also wir arbeiten eh mit Schulen zusammen, machen kreative Medienarbeit und ich wollte wissen, wie es mir gelingen kann, Schüler und Lehrkräfte einzubinden in die Konzeption von neuen Modulen. Und dabei ist herausgekommen, in unserer Gruppe, wo ungefähr sechs Leute waren, dass Schule doch eher ein unflexibles Konzept ist oder eine Struktur ist und dass es mit Partizipation gar nicht so einfach geht. Wir sind dann so ein bisschen auf Lehrerfortbildung zu sprechen bekommen. Da war eine Frau aus Dresden, von dem Medienfuchs heißt die, glaube ich, und die hat mir ganz gute Anregungen gegeben. Ja, es war ein interessanter Austausch. Ich habe nicht alles das bekommen, was ich haben wollte, war aber völlig okay. Ich habe Anregungen bekommen und es war einfach spannend zu sehen, was für Leute da sitzen und alles irgendwie kompetente Menschen, die in unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Ich bin jetzt aber auch gespannt auf die nächsten Sessions, wo ich nicht die Wortgeberin sein werde, sondern ein bisschen entspannter dort sitze und vielleicht einen Beitrag leiste. So weit. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt.